Zunächst werden wir ein bisschen närrisch. Für viele ist Fasching die fünfte Jahreszeit. In Stuttgart hat Karneval oder Fasnet allerdings nicht so einen enorm hohen Stellenwert. Trotzdem aber gibt es viele Aktive, die ganz gerne närrisch unterwegs sind. Deshalb wollen wir unseren Zuschauern auch die Faschingszeit nicht komplett vorenthalten. Am Samstag veranstaltete die Gesellschaft Zigeunerinsel ihre große Prunksitzung in der Liederhalle. Wir lassen euch mit den Eindrücken jetzt einen Moment alleine. Der Schraub ist nämlich da nicht in der Lage, ich lieb dich zum Sagen. Dies ist jeden Fall der Schraub. Wir täglich gern, aber wir kennen es nicht.